Neue Runde neues Glück einmal Team Deathmatch auf der neuen Karte Schiss Seiya Park oder wie das heißt mit dem guten Howie Guten Abend Na Band Ich wünsche euch alles Gute Viel Spaß beim Zuschauen und das ist eigentlich mal Support und wir müssen jetzt nicht zu hören Bis gut dann zu Ja was kann ich noch sagen Viel Spaß Wieder erste Runde totgegangen Wie immer Schon Standard bei mir Prozent 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 und erster Klinik hier haben wir ein bisschen die neue Waffe gespielen, die ich gemacht habe. Och man ey. Ich hock mir da mal ein Beet, alter. Im Gewächshaus. Musst du aufpassen, wenn du da durchgehst. Da hockt immer einer in der Ecke. Feind bei den Geschäften. Ich weiß auch immer welcher. Genau in der. Ich will gar nicht mit seiner Pumpgun aus drei Metern schießen hier. Obst, hat man ey. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Wir liegen in Führung. oh Genau da hocken sie, wo du mir stehst. Ja. Schade, ich habe mich gerade vorgekämpft für seinen. Oh, tot. Einer hat Sniperd aus dem Fenster. Ich bin ein Dronen über uns. Nice up. Mein Geist, du mein Geist. geschäfte denn da bauen sie an so einer scheiß gut sie so ein scharfschützengewehr alter scharfschützen schießt alter und ich laufe voll in seine scheiß selber stirb doch mal ich bin erster nicht mehr lange der hängt immer da im b diese runde gibt es 100 ich bin wohl erster junge diesmal hat er diesmal ist der wix ja auch da die hängen da alle hinterm bus die hängen da alle hinterm bus ich hatte diese hat kann man sich ja nicht mit angucken feindlicher wilson eingesetzt ich habe schon wieder nicht die seite gewechselt gekriegt schweiz scheiße voll in den ruiz und schweiz der hängt da wieder den weg ab und ist sowieso die runde vorbei naja zweiter dritter platz geht doch voll klar würde ich sagen schweiz es war jetzt der beste Spielzug n richtig geil die Oma machen haben wir ja schon bessere geballert danke fürs Zuschauen wir sehen uns dann in der nächsten Folge bis dann tschüss tschüss tschüss